Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Sekons... ich soll eben hier meinen Mauszeiger verstecken... so weiter geht's... Mutter konnten wir nicht helfen oder wollten wir erst... er eigentlich gesagt nicht helfen und Emma wollte ich hab keine Ahnung... Emma wollte nicht gerätzt werden ja hä 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 beruhige die ja du gehst um die personen entsprechend ihren beziehungen zueinander zu positionieren was stelle die gäste korrekt auf ach du kacke drücke x um die ihren beziehungen gegenüber zu ja gut ähm das passt ja schon mal hier ne stay with me louis we must take alizie back from him okay warte mal ähm... pass auf wir machen das jetzt mal so wir machen jetzt... wir nehmen jetzt ihn und den setzen wir jetzt... ach so hierhin... den setzen wir hierhin... gedrückt halt um eine person zu bewegen... ach so... ah ok... ne ne... so... Wollner... jetzt muss ich aber erstmal gucken mit wem Wollner hier... Wollner gar nicht... ah... dann könnte dir das an das Ende geraten... pass auf ne ne ne... dann machen wir das so... Wollner kommt dann... wahrscheinlich an das Ende... ähm... er und der Pfarrer ja ne... aber er hat hier den... so... dann fangen wir jetzt... sie ist ja mit Louis hier... ähm... ja gut das bringt jetzt aber nichts... äh... was... was möchte sie denn gerne... ich werde nicht so lassen dass er seinen Bruder angreift... ah... okay ähm... machen wir das so... ähm... nicht so... 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 Nee. So? Ich denke. Boah. Pff. Ich würde jetzt Luis nochmal hier so... Ich würde es jetzt so machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, ne? Ähm. Stell die Gäste korrekt auf. Drücke X um die Personen entsprechend ihren Beziehungen zueinander zu... Ich würde Okkultismus. Ja, ich habe nicht mehr viel, ne? Aber... Mich bringt das hier, weil er hat hier gar nichts zum Reden, aber mich bringt das... Der ist Herr Gregory, Frau Mortimer schützen wir. Ah! Hm, ok. Wenn wir das jetzt hilfreich, ähm... So, äh... Ja. So bin ich zufrieden. Ok. Wo muss ich jetzt hin? Hier hoch? Nein. Hier hin? Nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Habe ich es doch nicht richtig gemacht? Nein. Pff. Okay, ich habe es nicht richtig gemacht. Ach, er sollte zwischen den beiden stehen, okay. Jetzt habe ich es richtig. Ha! Schön! Ah! 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 Jetzt helfe ich ja Home wieder, ne? Das ja eigentlich auch blöd ist. Ich bin in irgendeinem Zimmer. Das ist das Zimmer. Ja, von Emily und Emma. Ha! Emily? 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 Louis? Who on earth is? Louis, where are you? I can't see you. In front of you, Emily. She can't see me? Louis, are you dead too? It's complicated. I thought Emma killed you. Oh, yes, that's right. She still doesn't know everything I found out. Emma ist tot. Das spielt keine Rolle. Und, äh, Verzeihung dafür bitten, dass du sie verwechselt hast. I feel responsible for what happened to you, Emily. I made a mistake. I've been thinking it over. No one forced her, Louis. She would have ended up doing it in another place, another time. But she still would have done it. But I thought... How is it that you are here? Can you move around? I'm going to have to be a bit blunt here, Emily. You have to excuse me, but... It's quite baffling. Mortimer and Home are age-old spirits who can change bodies. I... What? They're demons. Louis, are you feeling alright? And... I am one too. Louis, you don't seem very well at all. Because William Mortimer is my father. And he's yours too. Yours... And Emma's. Ah! He's... He's... Bestowed certain powers on me. Like... How to read a human mind. And even how to control it. Look... I know it... It's a lot to take in. Are you alright? Yes. Actually, no. How do you expect me to feel? It would be easier if you told me you'd simply lost your mind, or even that I've lost my mind, which would at least make some sense. If only something inside me didn't vibrate at the sound of your words. I'm not making it up, Emily. You've gotta believe me. And where are we then? In the ether? I think. Think of it as... A psychic dimension. Oh. Well, that explains it then. Do you have any more bedtime stories like that? Well... You are dead. Yes. Of course I am. I should have known. Ask a stupid question. Yes. I know, Emily. It's... It's hard to believe, but... Even if it seems insane, I... I assure you... That it's all true. We are dead. And we're talking in the ether. Well... Not exactly. You see... I'm not dead. What? But if you are here without being dead, then there must be a way out. Help me, Louis. I am begging you, help me. Er is auch ihr Vater. Oh, god. Dieser Satz gerade. Ihr helfen, sie beruhigen. Ich will ihr ja helfen, aber... Kann man ihr denn helfen? Könnte man sie denn zurück... kriegen? Ich helfe ihr. I'll do everything I can to find a solution. You... You promise. Yes. Trust me. I must go. Wait. Don't leave me. For pity sake. But I must if I'm to find a solution. Be brave, Emily. Yes, I understand. I trust you. I'll be back for you. I promise. Louis... Help. Don't leave me. Louis. Louis. Come back. Gott, das ist so traurig, ne? Mit ihr. Was? Stelle die korrekte Reihenfolge der Erinnerung von Sir Gregory her. Oh mein Gott. Wo soll ich denn anfangen? Aber da hinten sind ja auch noch Bilder. Ey, da ist ja... Was für ein Faden. Gott. Muss erstmal hier hinten hinlatschen. Glaube ich. Da ist erstmal ein Bildchen. Ja. Was denn? Hier ist ein Bild. Da kann ich wohl rein. Oh Gott. Wer bist du? Nicht verraten, wer du bist. Nichts sagen. Verschwinde, Louis. Dich vorstellen. Ich stelle mich mal vor, ne? William Mortimers Sohn. William Alexander Mortimer's Sohn. Ah. Ah. I see. What's happening here? My son is in danger. Talk. Über die Kreaturen sprechen. Über Elisabeth sprechen. Wir können mal die Gedanken lesen. Komm. Let's see what he thinks. Oh Gott. Louis Morat de Richer. Son of William Mortimer. Now I see you. Dammit. I can feel the injuring inside me. I shouldn't have. William. You dirty traitor. No. No. Gregory. You have no right, William. You are violating the rules. Oh Gott. My rules. This is their putter. I can't break the link. Get out of my mind. William should have taught you not to try to read just anyone's mind. Resist. Louis. It's pointless. Father. Help me. Louis. What's happening? Father. Ah. William. I can't feel you anymore. William. You dirty traitor. What did you do to Gregory? No. Not now. No. Louis. Get out of here. Get out of here, Louis. Krass. Gut, aber gut, dass ich das gemacht habe. Ist das der Vater? What am I doing? I should have been more careful. One more warned me about this. Ja, aber das war auf eine Art gut, weil jetzt konnte ich ein bisschen was herausfinden. Ist das der Vater von Mortimer und Gregory? Boah, das wäre ja voll krass. Okay, jetzt müssen wir hier Bilder ordnen oder irgendwie was. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle die korrekte Reihenfolge der Erinnerung von Gregory vor. Um, um, no. Und coincidentally, who arrives at the same time as Emily? Und coincidentally, who arrives at the same time as Emily? Louis de Richer, his son, he brings his four children together, and even then he didn't react. And coincidentally, who arrives at the same time as Emily? This memory is important, but it's as if there's something missing. There must be an order to this. Mm-hmm. Okay. Die kommt ganz zuletzt, glaube ich. Ja, und ich glaube, die kommt auch ganz zuletzt. Kommt zu mir. Das ist so unheimlich, Craig. Okay. Ich glaube jetzt, ich go boah. Das ist jetzt schon wieder so ätzend, ey. Ja, ja. Ich will aber trotzdem mir mal alles angucken. Achso, hier komme ich gar nicht weiter. Okay, die beiden scheinen nicht wichtig zu sein. Definitiv nicht wichtig. Jawohl, wir haben es. Erste Erinnerung gefunden. Jetzt gehen wir die anderen noch eben schnell durch. Achso. 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 Nein. Nein. Okay, die scheint auch nicht so wichtig zu sein. Hopp, ich will mich hier erschrocken. Ach, das geht nach... Okay. Ja gut, ich will trotzdem erstmal alles hier anhören, dann machen wir das so. Okay. Okay. Warte auf, dann könnte das hier eins sein. So, und das ist da hinten vielleicht dann die zwei mit dem Schachbrett. Und dann haben wir da ja nur noch eine. Und dann haben wir da ja nur noch eine. Nein. Nein, das war die nicht. Jetzt haben wir hier noch eine letzte. Okay. Okay. Das haben wir nicht. Ähm. Die war ganz... Ja, ich beeile mich doch schon. Jetzt hetzt mich nicht. Die war unwichtig. Ähm. Jetzt könnten ja das nur noch da hinten die. Eins. Die war, glaube ich, auch unwichtig. Eins, zwei, drei. Versuchen wir es mal hier mit. Ja. 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 Gut. Jetzt kommt die dritte. Ich glaube, das ist jetzt die hier. Okay. Und jetzt muss die dritte. Nein. Okay. Okay. Dann, ähm. Okay. Warte mal. Wir haben eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da hinten ist gar kein Bild. Dann gehe ich jetzt hier die nochmal durch. Jetzt kommt die dritte Erinnerung weg. Okay, dann muss ich da hinten nochmal hin. Okay, dann kommt die dritte Erinnerung weg, dann kommt die dritte Erinnerung weg. Das war ja die zwei. So, Sparta ist wahrscheinlich auch falsch. Dann gucken wir jetzt nochmal hier. Was für ein Abenteuer ist falsch. Das vielleicht noch? Nein. Fuck, okay, gut. Gut, also die sind auch falsch. Gut, dann kann es sich ja nur noch um diese unwichtigen, also um diese wichtigen Sachen drinnen. Das ist, das da ist auf jeden Fall das Letzte. Das heißt, ich muss jetzt die drei finden wieder. Und das ist ja hier hinten. Muss ich da hinten wieder rein? Boah, er ist auch immer so lahmarschig unterwegs, ne? Das war die Eins. Das ist Sparta. Nein, das ist Sparta. Dann könnte es ja nur hier noch sein. Was denn? Aber das ist eine, die gehört dazu. Okay, Letzte. Also könnte das sechs sein. Fünf. Und ich brauche noch eine vierte. Ich habe die Eins. Sparta ist doch auch falsch. Okay, warte mal. Ich erinnere mich an Sparta. Sparta ist auch falsch. Ich habe hier die Eins, dann habe ich da die Zwei und ich hatte da hinten die Drei. Nein. Eins, zwei, drei. Oder war das die Zwei? Jetzt bin ich selbst schon ganz durcheinander. Könnte... Und jetzt die mit dem Tee. Jetzt wirst du die mit dem Tee kommen. Wo ist der Tee? Da hinten ist der Tee. Ich muss mit dem sprechen. Und die Zwei? Und die Zwei? Und die Zwei? Und die Zwei? Ich minnte seinen Tee? Ich hab diesen Tee? Er hat mich gefeiert. Er hat mich gefeiert, um mich zu stopen, von mir zu bewegen, dass ich die Körper verlassen. Er hat alles mit dem Beste mit dem Vater und hat ihre Kinder hierherge. Wie kann ich das nicht sehen? Er hat mich zu verhören. Ich bin voll dabei. Wow. Okay. Grenzgänger. Creepy. Louis, hurry! He's coming! What's happening? I can sense him. He's here. He's trying to get inside me, Louis. William has completely lost his mind. He's getting ready to pull out all the stops. He's going to devour my mind, Louis. I'm not going to be able to stop him. Louis, you are here. I sense your presence. What? But he can't even see me. Congratulations, my son. You have succeeded in joining us. Louis, don't let him draw you in. You are signing your death warrant if you decide to follow him. I won't be there to protect you. It's over, my son. We have won. A new order can be born. Louis, I'm so weak. I can feel him entering. I can no longer keep him out. He's coming. He's here. He's coming closer to you. Where? Louis. I don't want to just disappear. He's inside my mind. I can feel him crushing me. He's just in front of you. I'm so sorry, brother. There's nothing you can do to stop me now. You made your choice. And you have lost. I was wrong about him from the very beginning. He's mad. He must be stopped. You can still do something, Louis. Don't let him get away with all this so easily. I implore you. Ach, man. Weder Home noch Mortimer folgen. Mortimer folgen. Ah, diese Entscheidungen. Oh. Weder Home noch Mortimer folgen. Wird mir das einfach alles zu viel? Sollen die machen, was sie wollen? Hm. Mortimer weiter folgen. Wisst ihr, was ich... Ich hab das Gefühl einfach nur, dass keiner diese Entscheidung treffen würde, Mortimer komplett zu folgen und so weiter und so fort. Und einfach nur mal so der Böse zu sein. Und genau aus diesen Gründen entscheide ich mich dazu, Mortimer zu folgen. Aber, wieder Home noch Mortimer folgen. Wieso hab ich dann ihm jetzt geholfen? Ja gut, weil ich keine andere Wahl hatte, weil er mich da... Ja, aber... Der Vater bringt uns bestimmt um, oder? Der hat ja den jetzt hier gefunden. Hm. Wird witzig. Komm, wir folgen Mortimer. Wir folgen Mortimer. Ja, aber... Erst in der nächsten Folge, denn ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.